Warum immer die Hilflosen? Warum immer die Hilflosen? Drecksack. Na? Jawohl. Das sah gut aus. Und weg. Muss sonst nicht mit seinem Bruder treffen. Familienangelegenheiten. So. Dich weg. Oh. Das war gut. Und dich nicht weg. Mist. So, jetzt aber. Weg. Danke für den Ultrapilz. Da ist eine Buhun-Statue. Da ist ein Sandgumba. Komm, wir hauen mit dem Hammer nicht drauf. Okay. Dann halt nicht. Ist mir auch recht. So, jetzt probiere ich mal zu treffen. Also, auch den B-Knopf. Ist nicht so einfach. Vor allem, schaut euch den armen Luigi an. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Das hat wehgetan, Leute. Das hat wehgetan. Heiei, 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 heiei. Was für ein Schaden. Was für ein Schaden. So. Einer weg. Der zweite folgt. Nicht. Aber jetzt. Auch nicht. Aber jetzt. So. Noch ein Ultrapilz. Und noch mal ein Level ab. Wir waren gerade eben auf Level 20 beim Beginn. Und jetzt ist eine halbe Stunde vorbei. Und wir sind schon fünf Level aufgestiegen. Ja, das ist doch richtig, richtig geil. So. Und du kriegst noch mal auf Angriff. Weil mir gefällt nicht, dass du ein bisschen schwächer bist. Wie Mario. Es sollte ein bisschen ausgeglichener sein. Ja. So werdet ihr bestimmt ausgeglichener. Naja, komm. So, oh. Da ist ein Hai. Hai, hai. Lass Luigi in Ruhe. Oh. Er lässt ihn in Ruhe. Wow, Hai. Okay, du bist der Fisch. Gut, dann bist du auch ein Fisch oder ein Hai. Missed. Okay, warte. Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Den greife ich jetzt an. Weil den Hai kann ich beim Angriff besiegen. Wenn er nicht unbedingt Luigi angreift, weil der ein bisschen schwächer ist. Aber der schwächelt auch gerade wegen dem KP her. So. Viel besser. Das gibt's doch nicht. Luigi, pass doch auf. Ja, natürlich gleich ihn angreifen. Ah. Das ist ein guter Zufall. Na. Das ist sicherlich der Hai. Ja, verdammt. Egal. Komm, erst mal den Bumerang-Bruder hier ausschalten. Und. Ja. Das war... Das war... Ah, verdammt. Okay. Unten ist der Hai. So. Einmal. Mist, ich wollte den Fisch angreifen. Egal, komm. Auf eine Runde mehr oder weniger kommt's auch nicht mehr an. Und weg. Nochmal ein Ultra-Pilz. Wop. Wo kommen die ganzen Viecher her? Wop. Tschüss. War nett, dich getan zu haben. Aber... Ich hatte keine Lust mehr. So. Komm mal in meine arme Bruder. Oh. Haha. Toll. Komm, mach kaputt. Bumerang-Bruder. Du siehst hässlich aus. Vor allem die Sonnenbrille. Das ist eklig. Das sieht nicht geil aus. So. War's das jetzt? Jetzt haben wir den Strand gesäubert. Kriegt man jetzt irgendwas? Keine Ahnung. Anerkennung für, ähm... Strand-Säuberung. Lachbohne. Saugut. Kann ich mit leben? Kann man mir auch gerne dafür geben. Wenn's wenigstens drei gewesen wären oder so. Naja, das heißt aber auch, sei nicht so... So... Gierig, ne? Wenig ist viel. Und wir müssen immer noch, äh... Ins Café. Ich weiß, dass ich das nachholen muss. Und... Ich weiß, dass ich das noch nachholen muss. Aber... Vielleicht können wir sogar jetzt noch mehr Drinks zubereiten, weil wir jetzt im Moment noch mehr Bohnen gesammelt haben. Wäre natürlich cool. Na, komm her, Fischi. Fischi, Fischi. Ich möchte ein bisschen Sushi. Ist das okay? Hm, anscheinend nicht. Na, komm her. Oh! Nein! Verdammt! Ich hab gedacht, der macht gleich so einen Sturmangriff. Du hast ein Stachelkiller. Mach ihn mal kaputt. Und weg damit. Und jetzt verschneid doch du da. So, und... Einmal... Du greifst jetzt an. Ja, wirf dein Kissen. Verschwende deine Kissen. So, hier, guck mal. Ein Hammer. Wunderschön. Wupp. So, jetzt wird es auch weg. Superpilzen. Frischschwarz und nochmal ein Level-Up. Gibt's ja gar nicht. Es hagelt Level-Ups. So, du kriegst nochmal ein bisschen Bart. Jawohl. Nochmal, Luigi. Äh, diesmal kriegst du nicht Angriff, weil wir sonst wenig in diesem Bonus-Lot haben. So, nochmal Verteidigung. Nochmal zwei drauf. Verteidigung kann auch nicht schaden. Wie seht ihr denn jetzt aus? Mario hat... 60, 44, 100, 319. Also, Verteidigung ist fast gleich. BP ist gleich. Ja, HP kann man so lassen, aber der Angriff gefällt mir nicht. Wenn es auch nur noch fünf Punkte Unterschied sind, es gefällt mir immer noch nicht. So, da kann man hoch. Na, jetzt. Wirbel doch hoch, Mario. Nein. Nimm da... Kann man da... Kann man da durch? Ne, sieht mal so aus. Schade. Ich dachte schon, ich hätte irgendein verstecktes Versteck gefunden. Schon wieder diese Seesternchen. Die lieben mich. Da. Oh, voll süß. Na komm, mach mal's kaputt. Du bist hässlich, Bussi. Stirb, Bussi. Und du hör auf mich an zu... Äh, 14, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Deine Kissen sind schön. Ich möchte sie aber... Ungern haben. Ich hab meine eigenen. So, einer weg. Äh, den nächsten machen wir mit dem Schlag, Bruder. So. Geht doch. Komm her, Bussi. Ich geb dir einen Bussi. Oh. Mehrere Bussis. Und auch noch so ein blöder... Na. Robo-Blooper. So, jetzt muss ich... Ich muss schon wieder auf Luigi auffassen. Das gibt's doch nicht. Luigi, mein Sorgenkind. Wupp. 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 Ich verschieße nicht gleich alles. Lass meinen Bruder in Ruhe, du... Na komm. Gib mir, was du hast. Nein, doch nicht so. Boah. Hauern ab jetzt. So, jetzt aber aufpassen, Leute. Oh. Der hat Nachschub. Na toll. Ich kann der Drecksack also auch nachladen. Das ist natürlich ganz prima. Mach ich dich, Idiot. Strom wird doch gut. Und verdick. Ich glaub mein... Sag mal. Ja, genau. Greif alle an. Ja, nochmal nachladen. Drecksack. Drecksack. Mario greift an und Luigi wird abgeschossen. Sauwitzig. So. Ups. War nicht ganz perfekt, aber es hat gereicht. Und wir haben One-Up-Pilz zurückbekommen. Okay. Nimm alles zurück. So, Buzzi. Hör auf, mich anzumachen. Ich hab schon ne Freundin. Die heißt Peach. Also indirekt. Hab ich ne Freundin. Ich mag sie. Und ich glaube, sie mag mich auch. Okay. Schwung, Bruder. Gib mal richtig Gummi. Ich hab zu spät abgedrückt. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen wegen dem Schwung, Bruder. Aber es ist ne gute Attacke. Ich kann nicht klagen. Ja, ja, ja. Schieß du nur. So, jetzt aber. Fertig. Noch ein Buzzi. Oh. Komm. Es ist für einen guten Zweck. Hab ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Ich wiederhole mich. Ah, ja, ja. Ich lass dich ja schlafen. Indirekt. So, jetzt aber Schwung, Bruder. Und richtig. Ja, fast. Oh, schönes Kissen. Darf ich's kaputt machen? Danke. Und jetzt geh weg. Ich möchte dich nie wieder sehen. So, war's das jetzt endlich? Ne, natürlich nicht. Da kommt noch so ein blöder Fisch. Nö. Nö. Fisch. Ich hasse Fisch. Na, warum musst du... Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Hey. So, du machst mal den Pusterschiff weg, weil der nervt. Hacke, Brüder. Damit kann ich besser umgehen. Na ja, oder auch nicht. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Lasst mich in Ruhe. Wupp. Wupp. Bäh. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Komm mal her, du. Komm mal her, du. Jawoll. Das hat gesessen. So, jetzt gib mir mal irgendwas. Das sieht nicht so geil aus. Oh oh oh. Und Sirup braucht... Wir müssen mal wieder ein paar... Wir müssen Sirup und Pelz einkaufen. Die Kleinen machen zwar nicht viel, aber... Sie sind brauchbar. Da ist die dritte Bugu-Statue. Ich glaube, das war's jetzt. Hoffe ich zumindest. Ich hab keine Lust mehr, hier noch weiter rum zu irren. Wie ein Irrer. So, nochmal speichern. Und zwar ist es diesmal wieder die Steinbrücke. Mit zwei Level-Ups mehr. So. Warte, wartet ums da hinten. Ne Kabe. Oh, die Sternbohne. Hey, Paguri. Wie gefällt dir das? Ungefähr so. Gut. Ich merke, du haft ein Finn für vor. Et waff. Das ist ein Sprachfehler. Waff ift. Wollt ihr mir auch beim Fmücken helfen? Huch, Gantf in Rot. Dann die verbahrt, du. Biff, du etwa. Der Nikolauf. Joa, so ähnlich. Paguri, was ist los? Äh, also genauer betrachte die roten Kleider und der Bart. Bist du etwa. Diese Sprünge. Tatsächlich. Mario aus dem Pelzkönigreich. Der berühmte Marius hier. Das ist nicht der Mensch, sich herauszuputzen. Wirklich, äh, darf ich deinen Bart anfassen? Dieser Sprung. Wie grazil. Das erzähle ich nachher allen meinen Freundinnen. Die haben sie nicht mehr alle, oder? Äh, und mein Fmuck. Wer? Du? Na, du bist der Typ, der Mario begleitet, oder? Moment mal. Ein Typ mit grünen Klamotten? Und mit Bart? Du bist doch der berühmte Stubenhocker. Luigi. Wie faszinierend. Wie alt bist du? Buche oder Dame? Brustumfang? Und der Bauch? Die Hüfte? Die haben sie nicht mehr alle. Oh, Wahnsinn. Oh, oh. Manu, wegen euch kann ich mich nicht mehr pfmücken. Pftörenfriede. Wenn ihr eh nur pftören wollt, dann verpifft euch. Ja. Soll ich dir ein bisschen helfen? Du hast einen kleinen Sprachfehler. Haguri. quatre Mal. Ich bin ochtendida.